Yes! Ja, stimmt. Wir gehen ins All und wir müssen 180 Punkte haben, das heisst im All mussten wir, glaube ich, immer Purritos machen. Oh ne, wir müssen Suppe machen. Warum hat's links Salat? Was? Wir müssen Salat machen! Wir müssen Burger machen. Aber das hat auch Salat. Oh mein Gott! Ich bin aus... Ich bin nicht mehr im Bild! Hä? Das brauchen wir alles! Tomaten brauchen wir! Was ist gerade passiert? Ja, die da, die Dinger. Was machst du? Ja, was machst du? Die Dinger da, die drehen. Was? Du machst gar nichts. Ich mach nix. Wieso, ich mach gar nichts! Was? Nee, ich mach nix. Wo haben wir Teller? Äh, oben. Es sind Spennsalaten. Oben. Ich hab's in Glück. Ich hab's in Glück. Entschuldigung. Wir haben das völlig im Griff, seh ich. Wer ist da? Hä? Lana, bist du noch da? Ja, aber... Ich will die nicht reinmachen, sonst breff. Oh. Ich schau dir einfach zu, wie du da einfach so... Drei Stunden lang das Ding gebrannt hast. Hä? Ähm... Wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen Salat mehr, weil der Salat ist... Äh, wir brauchen noch einen Salat mehr, weil der Salat ist für den Salat. Haben wir noch Teller? Wir brauchen Teller. Ja, Teller kommen da noch. Wir brauchen nämlich auch Pilze. Eh, he, 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 he. Ganz normal. Habe ich abgegeben, was brauchen wir noch? Du bist das ganz normal? Ne, das ist ganz normal. Wir brauchen Pilze. Wir brauchen Pilze. 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 Komplette Überforderung hier. Ich habe Pilze. Abwaschen müssen wir denn auch noch? Ja, ja. Pilz kommt da rein. Ich geh mal schnell abwaschen. Ich hab das falsch gesagt, aber ähm... Hab ich jetzt ganz klar. Ich geh mal schnell abwaschen. Du läufst in die Wand rein. Nein. Kann ich wieder aufteilen, weil rechts und links zuständig ist? Wir haben keine Tomaten. Ne, ja dann... Ja dann holen wir Tomaten. Wir brauchen fünf. Fleisch könnt ihr auch noch holen und Brot. Das braucht ihr bestimmt jetzt auch noch. Okay, ich geh auf die andere Seite. Okay. Ich halte meinen Salat. Ich nehm zwei Fleisch und zwei Patties. Moment. Komm. Gut. Das ist mir irgendwie zu stress... Das ist irgendwie... Ne, hallo. Ich muss hier abwaschen. Wir brauchen den nachgeben. Es hat Teller. Es hat Teller. Es hat Teller. Es hat Teller auch. Das kann auch abgegeben werden. Ähm. Ein Salat. Ähm. Ein Salat. Ähm. Ich hole einen Salat. Das ist ein bisschen überfordernd hier, aber... Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Wir brauchen Salat. So. Es braucht noch einen Salat einfach so. Jetzt brauchen wir noch einen Salat. Ich hab einen Salat. Gib. Gib. Aber wir haben keinen Teller. Hier. Da hat noch keinen Teller drunter. Oh. Wir müssen diesen schmutzigen Teller wieder mitnehmen. Ja. Dann müssen wir mal drehen. Äh. Wir brauchen... Tomaten. Warte. Ich hole noch einen Teller. Ich hole noch einen Teller. Hütet mich nicht. Okay. Jetzt brauchen wir Burger und Trebeln. Zwei Burger brauchen wir. Tomaten. Oh. Oh mein Gott. Es ist schon fertig. Aber hey. Wir haben 204 Punkte. Also so schlecht. Ja. Aber warum machst du Zwiebel? Es brauchst du es nicht. Wir brauchen 180, glaub ich, oder? Für einen Stern. Aha? Also so schlecht waren wir gar nicht. Das war gar nicht so schlecht für den Stadt. Well. Das erste Mal. Mit kompletter Überforderung, find ich. Oh. Eine Cutscene. Geh mal schauen. Geh. Geh schauen. Geh mal schauen, was der Kevin da will. Willkommen zurück, tappere Freunde. Ich glaube, dass ihr endlich bereits seid. Und ihr habt bewiesen, dass ihr eine beindruckendes Team seid. Nun ist die Zeit aber endlich gekommen. Die Bestie ist auferstanden. Und jetzt müsst ihr euch eure Rösen herausfahren. Hab ich denn was? Die Bestie. Die Bestie ist auferstanden. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Lasst uns die Welt retten gehen. Oh ne. Komm zur... Ja. Die Bestie ist auferstanden. Lasst uns die Welt retten gehen. Alles so süß. Mio. 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 Ich hab ihn geschlagen. Mio. 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 Gehen wir die Bestie erschlagen. Gehen wir die Bestie erschlagen. Oh Gott. Das wird das finale Level. Dann müssen wir bestimmt alles kochen. Wahrscheinlich schon. Darauf haben wir uns jetzt vorhin vorbereitet. Das ist das Riesenfleischmärchen. Kommt dann noch ein neues Level. Kommt dann noch ein neues Level. Das kommt ein neues Ding. Okay, das ist es. Wieder die Bestie. Neherzig. Und deshalb müssen wir uns handeln. Eure Fertigkeiten haben den nötigen Feinschliff. Eure Messer sind scharf. Siehst du das? Ich bin mir zu 70% sicher, dass ihr dieses Mal bereit seid. Das war fährendeutsch. Wir sind alle auf einer Seite. Was passiert da? Schau mal, das Riesenfleischbällchen kommt. Guten Tag, Herr Fleischbällchen. Das ist jetzt eben die Bestie. Warum haben wir schon schmutzige Teller? Bevor wir überhaupt angefangen. Wuff! Oh schau mal. Kevin! Er hilft euch mit den Zutaten. Für alles andere seid ihr zuständig. Viel Glück, meine Freunde. Wasser hilft uns mit den Zutaten. Der funktioniert richtig dumm rein. Ja und ähm. Oh. Oh. So hilft er uns mit den. Okay. Ich gehe mal Teller waschen. Ja ähm. Mach mal. Look, schau mal. Look, schau mal. Das war jetzt auch Schweizerdeutsch. Ich gehe rüber. Zwiebel. Hat es nur ein Schnittbrett? Ja. Ja, es sieht so aus. Oh. Das brauchen wir noch nicht. Ähm. Die Tomaten müssen rüber. Sehe ich. Oh. Oh Gott. Schaut mal die Zeit an. Oh Gott. Da haben wir eine Weile zu tun. Nee, geh doch da rein. Geh da rein. Okay. Entschuldigung. Was macht mir Sinn, wenn ich rüberkomme zu Nana oder wenn ich... Ach so. Die Merola ist bereits drüber. Ich bräuchte da noch den Pilz. Was ist denn da drüben? Feuer. Feuer. Warum brennt es denn da? Was ist denn da? Weil der gerade ein Dings geworfen hat. Oh. Der macht sowas. Oh. Oh. Nee. Das war die falsche Pfanne. So. Oh ne, die Pilze sind auch die Zwiebel. Das sind keine Pilze. Ich geh das mal abgeben. Ich geb dem das mal. Schau. Oh. Ich brauch einen Teller. Ich brauch einen Nebendran. Nebendran. Ich. 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 Ich hab's gehört. Warte einfach mal. Ruhig. Wo muss ich... Ah, ich muss dem abgeben. Das trenne ich nie. Mitten ins Gesicht rein musst du dem das geben. Ich find's noch nett, dass der bezahlt. Der bezahlt uns. Ja. Stimmt. Zwiebel. Hallo. Ich bin total unfähig jetzt gerade. Was ist das? Schau hier. Da hat's ne Zwiebel zum schneiden. Da ist ne Zwiebel. Ich brauch nen Teller. Dann hab ich hier. Ich hab hier was zum abgeben. Gut. Ich hab was erreicht. Hat jemand geschaut wie viele Punkte wir brauchen oder stand das? Nö. Ich glaub das steht. Wir haben gar keine Zwiebel zu viel. Wir haben gar keine Zwiebel zu viel. Ja. Ich brauch Tomaten. Tomaten brauchen wir. Sorry. Ich putz mal wieder Teller, weil wir haben glaube ich keine mehr. Ich brauch nen Teller. Ach hier hat's noch einen. Noch eines hat's. Oh oh. Ja. Zwiebelsuppe, Zwiebelsuppe, Zwiebelsuppe. Oh ne, dann wir von mir. Entschuldigung. Warte. Der Kevin, der bewegt sich sicher noch. Da hab ich kein Ende. Da hab ich ein bisschen. Ja, der muss. Wir haben auch irgendwie elf Minuten Zeit. Ey, ich hab die Zwiebel gekratzt. Ja. Brauch ich auch noch nicht. Dreh die wieder passiv-aggressiv. Die brauch ich auch gar nicht. Zwiebel. Ich geh da mal von Kevin weg. Jetzt hat er genügend Zwiebel. Jetzt müssen wir sicher irgendwie Burger oder so machen. Nee. Ben. Ben. Nanna ist weg. Ich hab mir eine Tomate geschnackt. Oh Gott, jetzt kommt Burger. Nee, was ist das? Ich geb noch ne Tomate rüber. Vielleicht brauchen wir die. Oh mein Gott, was? Und Fleisch. Fleisch. Fleisch brauchen wir. Ich brauch das Fleisch. Ach du musst dazu das schneiden. Oh, es hat noch mehr Schneidbretter. Oh cool. Kannst du das hintere nehmen? Dann kann ich jeweils das vordere nehmen. Oh ne, das bewegt sich. Okay. Warum? Ist egal. Warum haben wir hier Fleisch? So viel. Achso, wir brauchen viel Fleisch deshalb. Oh, es brennt. Ich hab keinen Feuerlöscher. Wo ist der Feuerlöscher? Er dann löscht. Er ist bei uns. Entschuldigung. Oh shit, ich komm nicht nach drüben. Hier, er kommt. Oh, das ist gar nicht auf dem Herd. Warum verstehe ich das nicht? Er muss auf den Herd. Entschuldigung, können Sie weichen? Wir brauchen Sie nicht. Ich möchte eigentlich gerne wieder nach drüben. Ich pack Ihnen mal ein Brot auf den Teller drauf. Oh, ich hab rohes Fleisch auf den Teller gelegt. Nein. Oh, da ist noch eine Tomate. Drüben hat es einen Burgur, der gleich fertig ist. Und da bräuchte ich noch einen Teller dafür. Ich brauche auch noch einen Teller. Ich brauche einen Teller. Oh, ich kann selber einen Teller besorgen. Entschuldigung. Ich hab da ja noch einen... Also ein Burgur kann abgegeben werden. Da. Burgur. Burgur. Oh, nee. Da ist irgendwie eine ganze Tomate zu mir gekommen. Das brauche ich nicht. That was sad. Ich brauche einen Teller. Dass du mir den Ding geklaut hast. Ja, vor allem, dass er genau in dem Moment ähm... Ja, egal. Ähm... Ein Teller kommt. Dankeschön. Zum Glück wirft's hier, wenn ich... Ein Fleischkrank. Und du sagst es. Es ist noch nett. Ups, Entschuldigung. Äh, Salat. Äh, Salat. Äh, Salat? Ich hab hier absolut nichts zu suchen. Nein, ich hab... Entschuldigung. Ich seh ne Flitöse. Das heisst, es kommt wahrscheinlich auch noch... Ja, ja, sicher. Wir müssen hier sicher noch alles machen. Wir haben auch noch 6,5 Minuten Zeit. Ich brauche hier mal noch... Ähm... Es kommt ein Teller mit einem... Ähm... Ah, nein. Sehr gut, sehr gut. Das ist nämlich ein Burgur, der abgegeben werden muss. Ähm... Ich schneide mal das Fleisch und schicke es wieder rüber. Ich komm nicht, da komm ich nicht durch. Da brauchen wir einen Burgur mit allem. Das ist der letzte Burgur übrigens. Oh... Konnte ich nicht. Ich wollte Teller waschen. Wir brauchen einen Teller. Also, sobald das Fleisch fertig ist, kannst du es rüber geben. Teller. Ja, gib's mit der Pfanne rüber. Ja, aber dann hab ich die Pfanne hier nicht und machen die nächsten Level und dann... Okay. Es brennt. Es brennt. Hör auf zu brennen, bitte. Ich hab die Pfanne zusammengestellt. Abgeben. Abgeben? Verstanden. Abgeben. Ich war noch am Feuer löschen. Ich war noch am Feuer löschen. Was kommt jetzt? Ui. Doch. Ich brauch eine. Oh mein Gott, ich steu auf der falschen Seite. Wo hat's Teller? Ich leg das mal da hin. Ähm, ich bräuchte noch... Ah, ne Tomate hab ich ja hier unten. Äh, was müssen wir machen? Jaaa! Ich hab hier Pommes. Ich hab Überforderung. Die du mit dem Fisch kombinieren kannst. Wir brauchen unbedingt Pizza. Jaja. Ich bin hier dran. Dana, kannst du Pizza-Teig geben? Ich kann Pizza-Teig geben. Oh, das ist Käse. Bist du gerade runtergefangen? Mhm. Also eine Pizza ist im Ofen. Nice. Da ist Teig. Ah, und da hat's... Pommes. Da ist Käse. Ich komm nicht an die Tomaten ran. Ach du Kacke. So, ne komm. Ich komm immer noch nicht an die Tomaten ran. Es brennt jetzt gleich. Und ich kann nix dagegen tun. Ich komm nicht da runter. Okay. Da kannst du mal noch... Ist okay, ich hab die Pizza abgegeben. Oh, ich hab's verfehlt. Tschuldigung. Schon okay. Ich hab gelöscht. Kevin, kannst du bitte das Ding ein bisschen ruhiger halten? Dankeschön. Ist ja nicht so schwer. Der macht das so richtig obviously... Das ist ein Hund. Nee, der macht das mit der Aussicht. Da fällt Tomate auf der Pizza. Was habt ihr? Nee! Zeug. Ich mach Teller. Ich mach Teller. Ich hab keinen Teller. Achso. Jetzt Pizza. Aber wir haben auch einen Ofen. Oh, ich hab vergessen. Ich hab nicht gesehen. Entschuldigung. Ich mach das in meinen Ofen. Ja, ich hab keinen Dings. Ich hab keinen Gitter zu mir. Brauchen Teller. Das ist hier. Irgendwie. Ich hab Fischenchips. Aber da ist schon was drin. Wir brauchen Teller. Teller auch. Kommt. Kommt. Oh. Nee. Kommt nicht. Die Pizza ist fertig. Ich leg sie gleich drauf. Dann kannst du sie abgeben. So. Wir brauchen noch mehr Teller. Ich kann hier mal einen Dreck in Rübe geben. Wir können nicht abwaschen. Wir können nicht abwaschen. Ihr könnt nicht abwaschen. Nein. Okay, cool. Ich kann hier mal einen sauberen Rübe geben. Und dann gehe ich abwaschen. Und dann gehe ich abwaschen. Ähm. Wir brauchen immer noch Fischenchips. Wir brauchen. Ja, ich bin schon dran. Wir brauchen nur noch die Pizza. So wie es aussieht. Ja, Tomaten musst du noch drauf machen. Okay. Also hier noch dieses Fischenchips. Ah, es dreht sich jetzt dann gleich. Oh, es brennt. Ich mache hier mal die Pizza in den Ofen rein. Oh, es brennt. Ich habe hier ein fertiges Mönü zum Abgeben. Warum gibst du das nicht mehr? Ich wacke auch vor dir. Ja, ich konnte nicht. Ich kam nicht hin. Da! Ja! Es hat sich direkt gedreht. Ich kam nicht hin. Es ist das letzte, ne? Nee, nee, nee. Was mache ich? Was mache ich da? Ich habe einen Teller runtergeworfen. Ich habe keinen Teller, aber ich habe... Oh, und da ist er. Da ist er gespawnt. Ja. Gut. Nice. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch Puritos. Er schreit mich an. Ja. Oh! Ich wasche die Teller. Ich wasche die Teller. Oh mein Gott. Nee. Es kommt einfach alles. Nee. Alles. Ja, Suppe. Oh nein, das bewegt sich. Ach. Suppe. Ich habe eine Tomate. Wir brauchen Tomaten. Wir brauchen... Oh, ich habe keine Übersicht. Wir brauchen jemanden in der Mitte, der die Dinger verteilt. Ja, aber die Mitte bewegt sich. Das ist das Problem. Die Mitte bewegt sich sehr. Ähm. Also auch die Pizza muss was drauf. Käse. Auch dann die Teller, ne? Oh. Ich glaube, wir brauchen zwei Leute in der Mitte, im Fall. Ähm. Teller. Irgendwie. Ich bring den ganzen Topf rüber. Wenn ich das schaffe. Schaffe ich das? Keine Ahnung. Äh. Hab geschafft. Hier hat es eine Pizza, die ihn in den Ofen kann. Ähm. Kacke. Da hat es eine... Oh nee, das reicht ja nicht. Es hat ein Wurrundfleisch oben. Wir haben nur noch eine halbe Minute. Ich seh's, ich seh's. Oh nee, es brennt alles. Ich hab das Fleisch. Ja. Ich hab nur Fleisch. Ist das... Ne, im Burger muss noch eine... Da müsste noch eine Tomate rein. Okay, wir haben nicht... Es hat nicht gereicht. Ähm. Oh oh, wir haben, glaube ich, gegen das Fleischbällchen verloren. Ich glaube auch. Wiederholt sich das jetzt automatisch? Ja, scheinbar. Hat jemand gedrückt? Ne. Ne, ne, ich mach nix. Vielleicht geht's auch einfach weiter. Ne. Oh nee, ich fang noch einmal an. Uff. Es ist so schlossig. It's a never ending story. Yes. Also doch, wenn wir's schaffen, dann. Es ist voll rütend. Ja, Kevin. Danke, Kevin. Ja, Kevin konnte ruhig ein bisschen besser arbeiten. Ja, Kevin. Es ist ein Hund. Sei nett zu Kevin. Nein. Ich merk's ja. Ähm, gut. Ich hab wieder ein Drehti-Drehti gemacht. Ich hab wieder ein Drehti-Drehti gemacht. Oh. Oh. Es brennt. Ich bring euch das da und dann könnt ihr alle schauen. Verdammt. Ich brauch die Zwiebel. Ja, sorry. Ich kam grad nicht zurück, ohne dass ich den Johannes wegbuxier. Ich nehme Tomate? Okay. Das wartet vor. Ich lösche nicht, ne? Tomate. Ja, komm gleich. Nur noch die Tomatensuppe. Auch noch mit dem Teller. Ja. Oh ne, nur eins. Dankeschön. Immer alle werfen wir Teller nach. Dankeschön. Abwaschen. Jemand kann abwaschen. Oh. Oh. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Das Fleischbärchen ist glücklich. Wow. Das Fleischbärchen ist glücklich. Die Merola ist weg. Was ist jetzt? Hast du gesehen, wie ich weggegangen bin? Ja. Wo bist du jetzt? Einmal weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich komme nicht weg. Oh. Die Merola ist weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Es tut mir leid. Ich kann nicht... Ja gut, dann... Ich kommentiere jetzt mal. Wird das jetzt zu zweit erledigt? Wie auch immer das funktionieren soll. Es brennt. Wo ist der Feuerlöscher? Er ist... Er ist mit mir weg. Mit ihr weg? Ich bin weg. Ich bin weg. Oh Gott. Freistart. Bitte. Nice. Ohne Merola und ohne Feuerlöscher. Das wird schwierig. Das ist schwierig. Ja, vor allem ohne Feuerlöscher. Ja. Das andere wäre vielleicht... Wie lange bist du jetzt im Aufnehmen eigentlich? Wollen wir es noch einmal versuchen? Weil es dauert ja elf Minuten. Ja, ja. Wir versuchen es jetzt noch einmal und dann... 12 Minuten. Keine Ahnung. Es dauert lange. Ja. Wir machen es noch einmal, dann... Okay. Ist genug für... Für heute. Heute, genau. Komm, Kevin. Komm schon, Kevin. Lektion gelähmt. Das zieht von der Zeit ab. Also entweder auf der Plattform draufbleiben oder umbringen. Ja. Aber ich bin runtergestrungen. Ja gut, ja. Ich würde draufbleiben, also. Ja. Man stirbt einfach, wenn man draufbleibt. Das ist besser, als katapultiert zu werden. Ja. Oh. Ähm. Ähm. Sollen wir... Richtig gut koordiniert. Sollen wir die Teller behalten oder übergeben? Was ist... Was ist sinnvoller? Äh... Weiß ich nicht. Weil die brauchen... Die brauchen Platz. Ich nehme die rüber. Ich nehme die da rüber. Okay. Ähm. Du hast unten auch noch einen Top. Ich weiss, ich weiss, aber... Ich musste gerade die Dinge hin und her... Warum hast du nicht weggebuchst? Wer... Ja, ich wollte rüber. Ich wollte der... Ich wollte der... Ich wollte der Nana helfen. Ich... Es kann ja momentan eh nur jemand schneiden. Ja. Vielleicht sinnvoller. So. Dann gehe ich dafür rüber mit der Tomate... äh... mit der Suppe. Pack hier noch einen Teller. Mach den sauber. Zwiebeln da rein. Entschuldigung. Ich muss mehr Tomaten rüber geben. Ich bin fast runtergefallen. Oh, Entschuldigung. Ich gebe sie dir gleich. Oder Johannes kann sie dir gleich geben. Was? Achso. Dankeschön. Hat sie schon erledigt. Ich habe nur... Das falsch gedrückt. Kannst noch Tomaten schneiden für nachher. Wir brauchen das bestimmt. Für die Hamburger. Ja. Für die Burgur. Alle von der Plattform weg. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich habe es abgegeben. Ist in Ordnung. Waschen weg. Gut. So. Wir haben schon zwei Tomaten. Ready. Abwaschen. 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 Zwei Tomaten sind bereits bereit. Abwaschen. Das ist schon mal was. Ich werfe Fleisch rüber. Aber ich mache mal nur so viel wie wir brauchen. Ja. Oder vielleicht ein Fleisch mehr. Kannst du noch den Feuerlöscher rüberwerfen? Oh. 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 Feuerlöscher kommt. Ich erwische ihn nicht. Es brennt ja alles. Ja. Der kennt nichts da. Der Kapitän Fleischball. er sendet alles an ich komme ich komme ich komme ja wir brauchen einfach ein sohn nein kannst du nicht die pfanne überwerfen habe ich keine pfanne mehr ja wir haben ja das ist ein bisschen schlecht auf diesem level denke ich aber wir können zwar eigentlich auch tschuldigung ich werde von beide pfannen rüber eine kommt schon wieder zurück ein burger kann abgegeben werden ja auch schon passiert auch die noch mal im fleisch und tomaten so panna kommt zurück ich gebe den ab jetzt brauchen wir nur noch ein fleisch das ist schon auf der pfanne das so rüber zu schicken aber ich hätte einfach gehen können ich gebe den ab und dann ist er zufrieden die pfanne ist jetzt darauf kommt die zurück ich bin schön dass die dinge sind noch drauf sind diese wohlgüse dafür er war schon aber schlafen wir zurück die pfanne ist da was müssen wir machen pizza ich komme genau nicht zum ja zum teil kommt man gerade nicht ich komme genau automaten haben wir schon ich war das kartoffeln und ich kann nicht machen es dreht sich alles ich mache jetzt kommen wir zum teig es brennt ich brauche ich brauche ich brauche damit es geht ich mache den fisch für das erste die erste bestellung kann ich sprechen nicht für die zweite was brauchen wir braucht noch einen käse der wurst kannst du mir den käse geben nehmen wir können sie geben die ist schon drauf gut abgeben was brauchen wir noch kartoffeln aber an die komme ich nicht ist alles drauf ist drauf muss ich klopfen da hat es ein fisch ich brauche noch ein patato fisch und chips die abgegeben werden können ähm ich brauche einen teller weil die pizza ist fertig ich brauche einen kartoffeln hin teller haben wir keine was ach so jetzt ich hab ich brauche noch eine kartoffel ich bin dran weil ich habe da schon ein fisch ich kann nicht zur tomate hin ich kann dir eine geben da dankeschön okay ich habe die kartoffeln aber ich habe dir eine tomate angeworfen die kann auf die pizza drauf da sind die kartoffeln und ich packe hier mal hier drauf weg 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 dann herrscht er mich weg ja da bin ich aufs weg so so nice dann während dem es wechselt wieder abwaschen kannst du den pilz noch schneiden ich weiss nicht ob wir den noch brauchen ich komm nicht hin ohne dich weg zu daschen wir haben dahinten haben schon fast fertig zusammengestellten burger hier also nicht ich habe hier eigentlich eine fertige pizza die ist im ofen drin wer geht gut ich gehe weg ach scheisse nee das war der falsche knopf ohne 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 falsche knopf ohne ich habe sie das war was müssen wir noch machen der bürger ja vieles bürger braucht fleisch ich habe das fleisch gut und eine tomate braucht der bürger auch noch die mache ich in salat kann ja schon mal jemand da kann man schon mal machen und abgeben ich mache den salat du hast einen salat ich wollte ich habe keine tomate da fehlt noch ein fleischer und ja ach du kacke so jetzt gleich schön fertig ja da ist der burger ich komme nicht durch kacke tschuldigung zwischen chips das hat niemand in der zwischenzeit zwischen chips gemacht sie ist das völlig richtig das ist auch auf der falschen zeit das ist an die kartoffel ist da da ich komme nicht also bereit nice in den bürger damals wenn man es ich habe noch keine burritos gemacht ja nein es kommt dann noch in dieser minute die wir noch haben ich mach mal ein bürger einfach nur weil ich es kann errungenschaft freigeschaltet erhält unsere mahlzeit keine ahnung ich habe eine errungenschaft gekriegt beim riesen kohl die bestie sie ist fast schnell in deckung für moment haben wir schnell in deckung ich stehe da vorne dran hallo jetzt bist du voll der kopf ist explodiert wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir sind fertig wir sind fertig ich weiß nicht wie lange dass die ist ja diesen eigentlich immer lang ich kann das ja dann okay weil dann können wir da schon mal sprechen dass ich dass ich dass ich dann over cook 2 kaufe und damit wir das haben und dann und dann können wir das dann als nächstes hat man jetzt meine mutter meine mutter gehört nein ich glaube nicht die war davon am niesen danke für spielen im übrigen wir schaffen das obel gucken auch noch in diesem jahr fertig nice also nein wir haben es geschafft ist es nächstes sonntag ist der 31st das geht noch genau in diesem nice gut dann würde ich sagen das war's für heute und das war's mit dem spiel wieder werden over cook 2 weiter spielen wir jetzt schon erst ab so das lässt jetzt drin ja ja ein bisschen schnell durchlauf aber ja vielen dank fürs zusehen ich hab im nächsten mal was auch immer dann kommt vorbei schau bei johannes vorbei aka extremly a rich game bei ihm gibt es biomute und breathage schaut bei den anna vorbei und ich sage tschüss vielleicht vielleicht ist demnächst over cook 2 bei wer weiß ich mein wenn ich schon kauf